Achso, der hat dich schon umgedreht. Komm, komm, komm. Oh, jetzt ist noch einer. Ja, ich seh's. So, dann put, ich lass erstmal die Ahnung hoch. Ich komm mal, das bin ich. Oh, nee, ja. Okay, da vorne weiter, einfach weiter, dann kannst du kämpfen. Mach die Platz. Ist ja noch einer von uns am Laufen, naja, war Mock. Ja, bin auch noch dabei. Ach, guck mal, der nackte Lancer. Lancer Sturz. So, ziehst du dich nicht zurück, wenn du so wenig Leben hast? Ja, da vorne sind meine Leute, ich muss selber. Oh, shit. Nein. Ausdauer. Oh nein, wo fährt? Fährt's vor dem Lancer Sturz. Oh nein, er looted schon. Ja. Ach, der hat jetzt... Ihres Pferd, glaub ich. Er hat zwei, das Pferd. Ah, 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 aufpassen, am Hop, da kommt ein Gleis. Einer hinter? Nee, doch nicht. Ich hab' nur 64. Zeck. Ich hab' jetzt nur... Ehm, nur noch 3 HP. How are we doing? Oh Mann! Ich bin weg. Attach, kurz stehen. Da kommen die Feinde, Muck. Ja, danke. Ja, Bruder, du bist alleine da jetzt, ne? Ja, wir sind zu viert. Der Lancer zieht sich zurück. Ja, er ist gut. Er schafft es. Soll ich noch mitkommen? Das ist die Antikraft da, ne? Na, na, das, was ich machen kann, ist da, dass ich die ein bisschen ablieb. Hab ihn getroffen? Ja, ich auch. Du hast mich auch getroffen. Wer ist tot vom Lancer? Platt ist tot. Lancer ist tot. äh, Lenzer ist tot nur noch zwei Gegner ja, ok hier sind eine Klamotten, konnte ich noch mehr die Klamotten ist markiert hab ich ihn getroffen 30er hits ist er auf dem Boden oh, robuste Pferde sind so geil, ey nochmal das gleiche er hat einen Hits der Typ müsste so gut wie tot sein er ist tot? oder bewusstlos? er ist bewusstlos einer kümmert sich um ihn nice, sie ist auch tot der GG ja den anderen, den anderen ich pass drauf hin jawohl tja